Willkommen zurück zu Let's Play Sternengebunden, keine Ahnung, äh, wollte mal die andere Moderation anders machen, oh ne Kiste, mit Lox Sota und einem vollen Invertar, beide schweigen, gut, hi hi, ist jetzt schon noch da, oder? Schon, halt, huch, was ist denn das für ein Eierschädel, Stachel, nicht alles im Wunderland oder wie im Gändchenbau? Hoch, äh, ach, da sind die Gegner, nein, doch, oh, in dem Spiel hier gibt's Gegner, bestand nicht in meinem Vertrag, ich geh, okay, hau ab, tschüss, äh, Loxi und left the game, also wenn ihr mir so kommt, dann komm ich euch anders, zack, war er weg, ach schön, warum hast du das heute nicht gemacht, ich war voll enttäuscht, oh, 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 hört sich meistens nicht gut an, äh, es ist ganz flach hier Achso, noch ein Crystal über, la, 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 boah, nee, warte mal, Floran Knast Müssen wir dich jetzt einsperren? Ne, doch, Crystal, du bist von der anderen Seite, du, du bist auf der anderen Seite Ja, das heißt, dass da fast wieder zurück ist Richtig, ja Ah, okay, ja, genau Crystal Labor Wieso sage ich jetzt Crystal Labor, Alter, was geht denn mit mir? Crystal Meth, oder wie? Wir haben zu viel Breaking Bad geguckt Nein, warte, aber eigentlich heißt es ja wirklich Oh, ich hab das jetzt auch letztens angefangen Hast du angefangen? Was heißt ja wirklich eigentlich Crystal Labor? Äh, glaub vierte Folge oder so, vierte und fünfte Folge, erste Staffel Ach, putz Also wir haben ja Wir haben ja ohne Ende davon gehört immer, ne, weil wir gucken Ich auch Andere YouTube Sachen und so weiter Wie, gucken wir? Ja Was? Echt jetzt? Ja, okay, weiter Und da wurde ja immer von Breaking Bad geschwärmt Naja, das kann ich schon vorher Guckt euch das an und da und Halleluja Ich bin im Tuss unterwegs, hallo Und Dann hab ich das irgendwann mal angefangen Und so, da ist dann, keine Ahnung, wann sie angefangen hat mitzugucken Sie war ja immer so, so halb Headset Ich hab das Ohr geschoben mit dabei Aber ich kenn die Story trotzdem Ich kenn auch das Ende schon Ja, weil sie es gespoilert hat Nichts sagen, nichts sagen Hab ich auch schon gesagt Wehe Ähm Die ersten Indizte sind schon da Das ist alles, was ich gesagt habe Und wir sind jetzt bei der letzten Staffel Ach schon? Oh, okay Die letzten Folgen der letzten Staffel Wir sind fast schon durch Wir sind jetzt bei Fünfte Staffel, achte Folge, glaube ich Okay Können wir nachher sehen Schmecken, fühlen Ja, wir gucken nachher Hallo Und ich muss sagen Das ist echt eine der besten Serien Die ich bis jetzt gesehen habe Okay Und vor allem Ich mag jetzt Schock Da geht die Tür Hallo Ich mag den Schauspieler total Der wo halt auch Melken mittendrin Ja, genau Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt Aber der macht seine Sache so gut Ja Schon eine geile Sau, ja Das ist echt der Hammer Hab ich auch schon gehört Wie gesagt Und vor allem Sag ich mal Was ich spoilern kann für alle Ist Nein Nein Diese Wandlung Von dem Von dem Highschool-Lehrer Der eigentlich keiner fliede Was zu leide Ja, genau Zu leide tun kann Zu so einem Badass Motherfucker Leckt mich am Arsch Also Müssen wir das rauspicken? Karten, sag mal was Okay Klamotten Entschuldigung Ja, weiter Also das Nee, das ist schon Cool Cool, ja Glaube ich Weil das denkt man am Anfang nicht Aber Nee Nee, das erwartest du gar nicht Aber meine Güte Irgendwoher müssen ja Fünf Staffeln kommen, ne? Ja, schon Tja, das Ende wird euch alle enttäuschen Okay Ein Ende ist nie gut Ein Staffelende kann man nie gut machen Das ist unser Nächster Gegner Der Roboter Achso Artificial Brain Ach scheiße, stimmend Da hätte ich das Ding mitnehmen können Jetzt sind wir auf einem Alpha-Planeten Wir sind auf einem Beta Ach, wir sind hier auf einem Alpha-Planeten? Ja Unser Heim wird auf einem Alpha-Planeten sein Wieso soll ich sagen? Jetzt sagst du das nicht Das ist ein Alpha-Planet Ah, jetzt hast du das, okay Weil die Rohstoffverteilung sich doch ändert mit einem anderen Nee Also Alpha und Beta nehmen sich absolut nichts Was Eisen, Kohle und das alles betrifft Das ist alles gleich Hallo Tschüss Hallo, tschüss Okay Rot Was kommt denn nach Kupfer? Kupfer kommt Gold, oder? Äh Silber Silber Lampen Licht Wir brauchen Licht Achja, und ich hab einen Spawner gefunden Was für einen? Doktor Spawner Dann krieg Karten Kriegt jeder eins auf seinem Schiff Ich will einen Chefs-Spawner Hallo Essen Meins Hoch Nee Scheiße Komm nicht hoch Nee Ha, jetzt da Hm, und ich brauch immer noch Sandstein für da oben Ja, ich komm ja bald wieder Vielleicht doch nicht Ich zweifel, dass du Sandstein dabei hast Aber Sand hab ich bei Ja, aber aus Sand kann man keinen Sandstein machen Achso Achso, du brauchst Sand Warte Nein Dann pack, dann packst du einen Kompressor Ach nee, weiß ich nicht Was brauchst du? Sandstein Sandstein Sandstone Hier 80 Stück Ja, dann mach mal hier Da Gip Oder so, ja Sandstone Bricks 26, toll Hm Hong Ah Ist also klar Weiß ich nicht Weiß ich nicht Wir spielen es auch miteinander Ja Scheiße, haben wir noch ein bisschen Gold? Ja Müsste irgendwo sogar im Ofen sein Oder ich, ähm Ja, oder Auf meinem Schiff halt Leute, wenn ihr was Etwas hier nicht findet Dann ist es auf dem Schiff Achso, scheiße, ey Ja, no Gut Ich muss selber auf dem Schiff Weil Ich hole jetzt mal die Samen Mhm Wo stimmt die Ach, sind wir es noch nicht Okay Das tue ich erstmal wieder rein Ach ja, du wolltest ja die Kisten Hier, gell? Da ist Gold Ich brauch nur die Samen Jetzt erstmal Fünf Diamanten Was hast du mir zugeschmissen? Kisten Habe ich dir eh geschmissen Alter Schwede Eine Das gibt's nicht Drei Stücke Ach, die Ah, ja Die blaue da Ja Mhm Ich tue mal jetzt so Zeugs erstmal weg Was ich nicht brauche Ja, hier bin ich richtig Silber? Achso, hab ich schon Mhm Silber hatte ich ein bisschen was dabei Die Kisten sind auch jetzt nicht sortiert Ich bitte dich zu enttäuschen Also, was soll das? Also, das kann ich nicht exzeptieren Hat du Pech Hat doch Hat du Pech Äh, Platinum ging irgendwie eigen Muss man Hä? Ne, ich hab hier sogar eins gefunden Hallo, hier haben wir auch Platinum irgendwo Warte, ähm Warte, ähm Nein, warte, doch Warte Drei Stück Da Aber, ähm Aber, ähm Moment Ich hol mir das ganze Erz runter Ja, und dann, wohin? Krr Mhm Trage ich das die ganze Zeit nicht mehr? Äh Äh Langgezogenes Äh Ja Ja Was hast du getan? Nix Ich finde nur Dinge Du findest was? Diamanten Gut Nur Schön Bring mit Ganz, ganz, ganz viel Ey, ich werde sie jetzt jetzt liegen lassen Nur um dich zu ärgern Ich lass jetzt liegen Nur wegen dir Sind ja bloß acht Das, was ich schon ein Pixel habe Ist auch nochmal feierlich So Hochbitten Ich könnte eigentlich mal Äh Äh Wo sind jetzt Kupfer? Äh Wo sind jetzt Kupfer? So Ich hab ein bisschen viel dabei Ich müsste Oh Ich hab nur noch Fünf Freislots Sonst ist alles voll Genau, wie machst Wie hängst du eigentlich die Lampe da Äh An dich dran? Wie geht denn das eigentlich? Das ist ein Lantern on the stick? Lantern on the stick Hier Ganz unten das Rezept Ein Lantern on the stick Lantern on the stick Genau so schreiben Lantern on the stick On the stick On the stick Genau Siehst du? Hat er schon gefunden Ich kümmere mich erst um die Futterproduktion Typisch Floran Futter Kannst du eine Brain Pistol machen? Hast du genug Pixel? Ich habe noch Ah, ich hab nur noch Knapp 400 Oder Wie heißt das? Brain Pistol Keine Ahnung Brain Extractor Brain Extractor Ja genau Die kann ich noch machen, ja? Brauch ich Steel Müsste auf dem Schuss sein Steel? Oder irgendwo in den Kisten Ja Steel, das Ende vom Besen Das Ende vom Besen Ja Ja, recht Es braucht Stil Dann auf dem Schiff Nein, auf dem Schiff war ich schon Eisen und Kohle Crafting Eigentlich habe ich schon Stahl gemacht Stil Warte, habe ich dabei? War schon ein Stil? Ich kann auch Stil machen Hast du Kohle? Bажу Irgendwann Ist vorbei Ja dann So Okay, wir haben einen Brain Extractor Hä? Damit kannst du jetzt hier Alpha-Quadranten Viecher töten Und ihre Hirne entnehmen Wo ist das Hirn? Ähm, ja Was machen wir jetzt mit dem Zeug? Alter Ja Ich komme irgendwie gar nicht so richtig zum Erz her Boah, weil ich stelle ich diese Pixeldinger finde Und von einem Ding zum anderen springen Nein, wir haben überhaupt nicht Übertrieben viele Feather Crowns Sieht nur so aus Das wäre nicht so, als ob ich auch noch ein paar dabei hätte, gell? Richtig Auf diesem Planeten wachsen die ja auch überhaupt nicht Nein, gar nicht Ich habe sie auch nicht von diesem Planeten Das ist ja irgendwie ein Schaf da unten Das ist unglaublich Ich mache ganz gerne wie Pferde, Monster Ich mache wie Schafe Manche wie Hundis Manche wie Hundis Das wird nur noch kühl Na, komm her Ne, davon hatte ich glaube ich noch Hatte ich schon eine Kuh? Ne I don't know Hui 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 So Oh Das ist gut Au, au, au Zeit Waren Bei mir Naja So Stopf Den müsst ihr jetzt hier einfach nur irgendwie rein Stopf, stopf Oh Demand Geile Sache Und das mal Gott, wie tief bin ich denn inzwischen? Apropole 42 Sind in der zweiten Kiste 42 Die Antwort ist 42 Gerade ganz zufällig 42 Das erinnert mich ein bisschen so an, äh, als wir die Nuked Map gebaut haben Und du hast mich gefragt, was ist denn die ID von Eisenblock und ich so 42 Du hast gedacht, ich war arschlich Oh, oh Muss du was essen? Ja Bing, 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 bing Äh, hörst du mal auf, das Fleisch zu braten, bitte Ich brate nichts Gut Aber du hast Das ist das, was ich dabei hab Okay Wieso? Nichts mehr braten Später gibt's ein Rezept, wofür wir rohes Fleisch brauchen Ja, hab ich roh Meinst du den Burger? Nein Ich meine, roasted, roast, roast beef, roast dinner, irgendwie so Irgendwas zum Essen mit Fleisch Was richtig geil ist, kann ich nur sagen Nom, 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 hast du selber schon probiert Uh Also entweder mach ich mir die Makeshift Funktioniert nicht Wieso? Oder es gibt keine, die zum Extra Was bitte? Also es kommt nicht immer ein Hirn raus, gell? Hast du grad bei mir versucht Hab ich mir auch grad gedacht Das geht jetzt bei irgendeinem Viech, oder was? Ja, schnapp dir eins Ja, du musst es damit töten Also der letzte Schuss muss von diesem Ding kommen Hier auf dem Alpha, hier auf dem Alpha reicht ein Schuss Achso, er ist komplett zu töten Und deswegen Alpha Okay, ich hab's damals auf dem Beta-Sektor gemacht Da hab ich zuerst niedergeschlagen Und mit dem letzten Schlag hab ich dann extra extrahiert Ist doch voll kompliziert, ey Wie viele Hirne braucht man eins, oder? Äh, eins Oder zwei Ne, nur eins Eins, damit man ein Artificial Brain machen kann, gell? Mhm Hm, genau Ah, hier Oh, die Schussgeschwindigkeit von dem Ding ist aber für ein Arsch Keiner hat gesagt, dass es ne gute Waffe ist Tot Ja Wer ist tot? Ja Gut, dass ich nur 46 Pixel hatte Ja, bei mir sieht es anders aus mit meinen 3400 Cool, damit kannst du dich schon die Stahlrüstung machen Ich noch nicht Ich noch nicht Ich auch nicht, ich hab gerade mal die Beine schieben Scheiße, alt, falsche Pläne Äh Ah, Folge, by the way Folge, Fragezeichen, was? Folge, Folge Ich folge Folge, ich lege Oh, klar Oh, man bleibt direkt im Haus Ja, so war es gedacht Ja, genau, das haben wir extra so gemacht Gut, dann Bis zum nächsten Mal Tschö Ciao, ciao